Viele haben davon gehört, viele haben gelesen. Martin, die haben wahrscheinlich alle schon gelesen oder e-Mail-Informationen mitbekommen haben, drehte die Familie Stackemeyer, ein Film über unser schönes Schöneweg. In diesem Film sind wir auf der Suche nach einem Abspann. Und ich möchte Sie jetzt mal bitten, alle, die unter den Zelten sitzen, sich kurz hier rauszubegeben, wenn es geht. Denn dort oben auf dem Balkon, da steht die Familie Stackemeyer mit der Kamera, achtet auf das Handzeichen da oben, so, Hände hoch, Hände hoch und jetzt in diese Richtung da oben liegen können. Sieht schon sehr gut aus, können noch beide mehr hoch. So, danke schön für Ihre Mitte, ich glaube, die beiden da oben sind mir echt viel mehr dankbar, dass ich es hier ausdrücken kann. Vielen Dank! Danke! Danke!